So, ja, ich bin es beseitigt, ist gerade vor mir in der Flasche drin und ich muss jetzt überlegen, wie ich weitermache. Ja, äh, brauchst du jetzt noch Holz? Ja, klar, immer. Okay, welches Holz? Pff, keine Ahnung. Äh, ja, äh, was sag ich? Keine Ahnung. Mich hat gerade irgendein Skype angeschrieben, mitten in der Aufnahme, das geht aber gar nicht. Brauchst du Eichenholz? Jaja, das Eichenholz, das normale halt. Debit L.P. sagt dazu immer Eichelholz. Wenn ich das Wort Eichel denke, denke ich immer an die Eichel vom Penis. Das ist so widerlich. Hast du Holz jetzt, oder? Ja, äh, ich hab jetzt. Ah, ich bin ne Gefolge vom Creeper. Und ich hab keine Wache. Aua! Aua! Sack juckt! Aua, mein Sack juckt! Aua! Aua! Ich mach, also, auf der Windmühle mach ich ein Dach, ne? Nur mal so. 10 vor. Aua! Achso, jetzt Holz, oder nicht? Ja, ne? Da ist Holz. Ja, 19 Blöcke. Alter, die sieht so scheiße aus. Aber das wird bestimmt noch was, hoffe ich. Okay, gib mal. 13 hast du. 19. Billig. Ja, fast so. Voll Kick, Alter. Verdammt! Du bist so schlecht. Ey, wenn du mich jetzt hier runterschießt, ne? Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Darunter verstehe ich keinen Spaß. Das ist nicht gut für Nerven mein Sein. Ich Yoda lernen bei Yoda. Hä, was laufe ich jetzt? Ja. 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 Okay, ich mach jetzt das mal so. Das ist schon wieder halb elf, ey. Krasse Scheiße. Wie lang die mal auf? Zwei Stunden oder so jetzt schon, ne? Stimmt. Ja, soll ich jetzt weiter Holz suchen, oder? Ja, könntest du machen. Immer. Holz ist mal gesucht. Holz ist gut für Nerven. Holz ist gut für Yoda. Schnitzel. Das kommt nicht gut. Boah, ich laufe so ne Scheiße. Ja? Nein, 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 nein! Ich hab ihn schon gesehen. Ich hab ihn gesehen! Kuiper? Ja. Ja. Oh, er ist tot. Okay. Ah, ich laufe nicht so weit weg. Ähm, 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 zack. Batz, batz, batz. Reingeschwebungen. Boah, boah, boah. Fuck, bitch. Au, ich mach heute alles falsch. Brauchst du noch mehr Holz? Ja, hab ich schon gesagt. Ja, ich hab wieder zehn. Gut, dann hau rein, die Dinge. Zwei Spinnen, ein Creeper, dahinter war noch ein Zombie und irgendwas. Wow. Ich lock den Zombie, den Creeper zu deiner Windmühle. Willst du mich grad verarschen? Ja. Da lacht der so dreckig, ey, der. Ja, da lach ich dreckig. Schwieg er Bob, ey. Fast fünf, Bob, ey. Bob, Bob, oder wie? Mann, ich mach heute alles falsch. Ach, nee. Hör mal auf, alles falsch zu machen, ey. Kann ich nicht. Mach einmal in deinem Leben was richtig. Ah. Ja, mach die Erde zu. Dann machst du auch mal was in deinem Leben richtig. Ich hab keine Erde. Dann hol dir welche. Kauf dir eine. Ja, wo soll ich mir Erde kaufen? Keg. Das ist nur ein Textildiscount. Da kann man auch Erde kaufen. Nein. Man kann doch keine Erde in einem Klamottenladen kaufen. Dafür geht man in so einen Gartenladen oder Praktika halt. Was? Ja, da geht man nach Praktika oder Ovi. Ovi. Wie, wo, was weiß Ovi. Schleichwerbung. Aua. Aua. Was passiert? Nix. Nee, bist du runtergefallen? Pff. Kann man so sagen? Das hätte ich jetzt auch gerne aufgenommen. Wie, du nimmst grad nicht auf? Nein, wie du hingefallen bist. Jetzt treffe ich dich. Jetzt treffe ich dich. Okay. 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 Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, und wie findest du es? Ja. Dein Pfeil. Ey, du hast da was im Gesicht? Ey, was ist das? Was? Ja, was hast du an dem Eisenhelm? Äh, ne Feder oder so? Keine Ahnung. Alter, jetzt hör doch mal auf, Mann! Du hast nen Fall da. Hehehehe. Hehehehe. Ja, toll. Cool für den Fall. Ja, ich hab nichts zu essen. Einen stöbernden Hungersnot. Jetzt mach keine Afrika-Witze. Verdammt. Verdammt. Ich wollt grad einen losflassen. Hahaha. Nicht im Video. Aber gleich gerne. Okay, lass kurz. Nein. Lass noch einen Stopp machen. So, jetzt hab ich am Boden so noch so ein bisschen abgerundet. Bisschen cooler. Kennst, Alter, wie findest du die Lache vom Ellen Tricks? Behindert. Sie ist Gold wert, die Lache. Hallo? So, soweit bin ich fast fertig. Bist du das oder willst du das? Jetzt kommt nur noch dieses Mühlenteil. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Hey, wie findest du das eigentlich jetzt so? Jetzt mal ehrlich. Ja, ich bin wieder unten in der Mühle. In der Mine. Ich komm hoch. Ja, da komm ich gleich auch mal hin. Ja. Dann komm noch alles. Ah, ja. Okay, steck mal jetzt. Du volle Sau. Ja, also ich denk mal, du machst jetzt noch den Boden und da war's das schon für diese Aufnahmesession, oder? Jo, das war's dann. Mit dir mal wieder. Ja. Ich werd jetzt gleich alles in den Kisten ablegen, dann kannst du mich killen und meine XP noch kriegen. Und hat's dir denn wieder mal Spaß gemacht hier in unserer bunten Welt? Ja, bunt kann man nicht sagen, aber... Ja, also mit der Mühle hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Also mit dem Dach. Ach, was für ein Dach. Ihr wisst schon, was ich meine mit dem Rätschen da oben. Also auf jeden Fall brauchen wir da bestimmt ne Menge, ne Menge, Menge, Menge an, ähm... Wolle. Wolle. Genau. Eigentlich könnte ich mir die ja cheaten, aber nein. Ich bin doch nicht so einer. Ja, äh, dann würde ich sagen, kill mich jetzt erstmal. Ja, warte, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich mach jetzt hier erstmal noch hier Erde zu und mach den Boden, ja. Ende und dann... Können wir... Ne? Mhm. So. Jetzt haben wir auch mal wieder was geschafft hier. In der Aufnahme. In den letzten paar Aufnahmen, wenn du geguckt hast, bin ich nur noch rumgerannt. Ja, da bist du nicht zurückgekommen. Hier, ernte mal. Die Erntemaschine. Boah, das ist so ein epischer Ort. Kapitisch! Ah. So, haben wir noch hier Holz. Hast du noch Holz? Ne, ne? Doch, in der Kiste. Guck, hier ist mal eine Kiste. Boah, mega leck hier. Meine Kiste. Ah, ah, ah. Gut wild. Gut Holz. So. Mach ich jetzt mal hier den Boden fertig. So, ich will jetzt halt nicht immer so Häuser bauen. Das nächste kommt dann vielleicht so ein Wasserrad, also Wassermühle oder sowas. Also immer was anderes. Was? Das hat noch keiner gemacht, oder? Ja, weil es sich nicht lohnt, weil man sowas nicht bauen kann. Klar. Fuck. Klar kann man das. Klar kann man das sehen. Nicht! Ah! Was? Das hat sie gegeben. Ne. Doch. Ja komm, kill mich. Noch groß beleuchtet hier. Ne, das sieht doof aus. Sieht so unten. So, dann darfst du die Farben auch wieder mit Samen und allem Möglichen bestücken. Ah, klar. Warte, das machen wir jetzt noch. Oh, kein Bock. Du machst es auch. Du machst die Samen, ich mach Karotten und Möhren. Ja, genau. Mach Karotten und Möhren, was laber ich. Karotten und Möhren? Die Karotte, wa? Du könntest auch sowas machen, wie so ein Quiz immer, oder? Wie, was so ein Quiz? Am Ende einer Folge, oder an einer Aufnahmesession, so ein Quiz, sowas. Mann! Was für ein Quiz meinst du jetzt? Ja, irgendeine bestimmte Frage stellen, oder sowas. Was los ist. Was los ist, ja. Keine Ahnung. Ja, stell mal irgendeine Frage, was besser ist, sowas. Und dann, was was denn komisch schreiben, oder sowas. Machst du ein bisschen mehr eine Rekorde. Ich hab schon gefragt, ob sie das Textur-Pick eigentlich gut finden. Ja, so allgemeine Fragen, mein ich damit. Mhm. Komm hier, hier musst du mal mit der Hacke drauf. Ja, die Hacke hab ich nicht. Ja, ich hab die auch nicht. Doch, ich hab sie. Ja, dann geh mal hier drauf. Hier, wo wir? Ja, überspringen das, das mach ich dann gleich. Guck mal, wir haben vor 5 Minuten gesagt, was war's. Oh Mann, find ich auch wegfallen. Ja, dann mach ich aus. Also, ich mach jetzt gleich aus, ne. Ey, wir wenden beide gleichzeitig die Aufnahmen, sonst wär das... Ja, ich weiß, wir wenden die ja gleichzeitig. Mhm. Ja, lädst du dann heute noch ne Folge hoch, oder? Ja, heute nicht mehr. Guck mal, wir haben halb 11. Ja. Ja. Ja, nach so 2 Stunden Minecraft jetzt, versteckt das schon ein, also die Stimme. Also man merkt schon, wir werden von Zeit zu Zeit leiser. Mhm. Das hat bestimmt auch noch... Ey, ich hab's vergessen. Ah, zum Glück hab ich schon einsam. Zack. So, haben wir wieder alles? Joach. Gut, jetzt hast du hier ne Kiste gemacht, wo alles dein Krempel drin ist. Boah. Hm? Dann kill mich mal. Da warst du noch nicht. Ja, ich hab zusammen gerade in die Kiste reingepackt. Mäh. Das wird mein letzter Ansage, ne? Was? Okay, komm, kill mich. Sofort, warte, Moment. Blab, blab, blab. Oh, ist das braune Scharf? Ah da. Nein, ne. Du Rassist, ey. So ein weißer, ein braune Scharf. Ich hab's schon nicht so verstanden, wie ich das aufmache. Guck mal, man sieht schon, wie die Hände aufmacht. Guck mal, man sieht schon, wie die Hände aufmacht. Alter, hör auf damit. Das ist nicht cool. Ich doch. Ne, das ist nicht cool, Alter. Doch. Guck mal, wie die das in die Hände drängen. Oh Gott, ich kann's nicht mehr. Oh my God. Oh, Hilfe. Oh. Wow, ey, das hat vollgebracht. Drei Level. Drei Level. Oh, ich hatte acht. Ja. Oh, ich hätte meine Pfeilung benennen müssen. Ja, dann komm. Jo, das war's dann, Leute, ne? Für diese Aufnahme-Session. Schalt doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn's wieder heißt. Let's play Minecraft. Eventuell sogar mit mir. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem kräftigen Mann. Yeah. Okay, haut rein, Leute. Ciao. 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 Ciao.